Meine lieben Freunde, ich möchte euch herzlich zu diesem Video begrüßen, in dem wir uns die wissenschaftliche Schreibweise anschauen. Ich werde das hoffentlich so erklären, dass jeder das versteht und wir werden gemeinsam eure, also ich werde eure, mit euch gemeinsam die Gedankenknoten, die ihr habt, hoffentlich wegschaffen, sagt man so schön, nicht? Ja, okay. Also zuallererst, wozu braucht man das ganze wissenschaftliche Schreibweise? Also ganz ehrlich, ist euch doch egal. Ihr wollt das einfach nur lernen, damit ihr irgendwie in Physik oder Chemie oder Matheunterricht irgendwie vorankommt. Aber ich sage euch trotzdem, warum ihr das braucht. Einmal, um schlau und intelligent zu wirken. Ihr könnt euch damit absolut mehr Frauen klären, kann ich euch aus eigener Erfahrung nicht sagen. Und ihr wirkt so, als hättet ihr schon 80 Jahre Physik studiert oder so. Ihr seid dann auf einmal hochbegabt, wie noch kein anderer auf dieser Welt. Denn, jetzt mal Spaß beiseite, eigentlich ist das hilfreich, wenn wir sowas haben. Also 750 Millionen habe ich auf dem Konto, aber so schreibt man das eigentlich nicht auf in der wissenschaftlichen Schreibweise, sondern man macht es ein bisschen kürzer, ein bisschen eleganter, ein bisschen intelligenter. Und zwar schreibt man das wie folgt. 7,5 mal 10 hoch 8. Ganz easy. Wie wir dazu kommen, das zeige ich euch jetzt einmal. Zuallererst müsst ihr aber die 10er Potenzen irgendwie verstanden haben. Also, der Exponent, in dem Fall die 1, drückt folgendes aus. Was ist überhaupt erstmal ein Exponent? Das ist die Ex-Freundin von Ponent. Okay. Der Exponent ist das, was oben hier steht. Die 1, die 2 und die 3. So, das heißt, wie oft muss ich die Zahlen mit sich selber multiplizieren? Hier habe ich 10 hoch 1. 10 hoch 1 bedeutet eine 1 und eine 0. Das sehen wir hier. Das ist 10. Bleibt so, wie es ist. 10 hoch 2 bedeutet eine 1 mit 2 Nullen. 10 hoch 3 bedeutet eine 1 mit 3 Nullen, hoch 4 mit 4 Nullen, etc. Das heißt, der Exponent bei 10er Potenzen sagt uns, wie viele Nullen unsere Zahl eigentlich hat. Wenn wir 10 hoch 0 haben, dann ist das eine 1 mit gar keiner 0. Voll lustig eigentlich. Das ist einfach eine 1 alleine. Ihr seid auch alleine. Ich bin auch alleine. Dafür sind wir aber Alphas. Weiter geht's mit negativen Zahlen. 10 hoch minus 1 bedeutet, wir haben eine Nachkommastelle und an dieser Nachkommastelle kommt die 1. Seht ihr hier. 10 hoch minus 2 heißt, wir haben zwei Nachkommastellen und an der zweiten Nachkommastelle kommt die 1 hoch minus 3, etc. Ich habe euch das aber so markiert. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowas habt, die Nullen zählen, die vor dieser 1 kommen. Hier haben wir eine 0, das heißt, der Exponent ist minus 1. Hier haben wir zwei Nullen hoch minus 2, drei Nullen hoch minus 3. Ja, diese 0 vor dem Komma zählt, aber nur die, nicht die davor, die eigentlich kommen würden. So, jetzt einmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr das Ganze hinkriegt. Ich mache das hier erstmal kurz weg. Schritt 1. Ihr fragt euch, was ist die größte Ziffer? Wir haben hier die Zahl 2500. Die größte Ziffer ist in dem Fall jetzt die 2. Das gehört zu den Tausender. Und jetzt im zweiten Schritt fragt ihr euch, wie viele Nullen hat diese Ziffer? Also, ich weiß jetzt nicht, wie akkurat ich mich in diesem Fall ausgedrückt habe. Aber was ich damit meine ist, Tausender haben wie viele Nullen normalerweise? Wenn ich von 1000 spreche, habe ich ja drei Nullen. Das meine ich damit. Okay, nehmt es bitte mir nicht übel, wenn das nicht so akkurat geschrieben ist. Am Ende vergeht es ja eigentlich nur darum, dass ihr es versteht. Wie viele Nullen hat diese Ziffer? Die hat drei Nullen. Tausender haben drei Nullen, üblicherweise. Und im nächsten Schritt, das wäre der dritte, schreiben wir die Anzahl der Nullen als Exponent auf. Das heißt, ich habe die Zahl, die wir gleich noch ermitteln werden, die ihr auch schon sehen könnt, mal 10 hoch und jetzt die 3 als diese Anzahl der Nullen. Auf das rote hier werde ich gleich nochmal eingehen im vierten Schritt und das ist jetzt, oh mein Gott, ist das wichtig. Jetzt pass mal auf. Die größte Ziffer vor dem Komma schreiben und der Rest danach. So, was war die größte Ziffer bei 2500? Das war die 2. Das heißt, wir schreiben die 2 vor dem Komma. Dann machen wir Komma und dann kommt der Rest einfach danach, auf ganz entspannt. Bitte schreibt das aber nicht so auf, weil diese zwei Nullen sind einfach unnötig, sondern seid einfach ein bisschen kreativer, ein bisschen intelligenter und fauler und spart euch das und schreibt 2,5 mal 10 hoch 3. Das hier ist die wissenschaftliche Schreibweise. So, jetzt nochmal zum Roten. Was wir uns gerade angeschaut haben, war, wie wir vorangehen, wenn die Potenz, wenn die 10er Potenz positiv ist als Exponent. Wie machen wir das jetzt aber, wenn der Exponent negativ ist? Also wie hier, das heißt, ich habe irgendwas mit diesen ganzen Nachkommastellen. Wie mache ich das? Hier fragt ihr euch, wie viele Nullen kommen vor dieser Ziffer? Vor welcher Ziffer? Naja, der erste Schritt war, was ist die größte Ziffer? In dem Fall ist die Ziffer zwar sehr klein, aber die 2 hier ist immer noch die größte Ziffer. Und jetzt fragen wir uns, wie viele Nullen kommen vor dieser Ziffer? Diese Nullen mit einbezogen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Das heißt, ich schreibe 10 hoch minus 6. Meine Zahl kommt dann logischerweise auch irgendwie davor. Die ermitteln wir ja gleich noch. Das Minus, weil der Betrag der Zahl kleiner als 1 ist. Warum der Betrag? Weil wir auch mit negativen Zahlen rechnen können. Und nicht nur, weil ich negative Zahlen benutze und sie kleiner als 1 sind, heißt es nicht, dass ich ein Minus davor machen muss. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Und zu guter Letzt, dann ganz normal, die größte Ziffer vor dem Komma, das war ja unsere 2. Der Rest kommt danach, das war die 5 mal 10 hoch minus 6. Auf ganz entspannt. Machen wir mal ein Beispiel, damit ihr das Ganze auch kurz nochmal versteht. Ich gebe euch sowas, minus 3.523. Wie würdet ihr das aufschreiben? Das würden wir wie folgt machen. Das ist nichts anderes. Minus, lasst sie einfach so, wie es ist. Ist gar kein Problem. Was ist die größte Ziffer? In dem Fall auch hier unsere Tausender. Das heißt, wie viele Nullen? 3. Also muss meine Potenz irgendwas hoch 3 sein. 3, nicht minus 3. Nicht denken, weil hier ein Minus steht, muss das hier auf einmal oben auch Minus sein. Nein, das ist nur, wenn der Betrag dieser Zahl, wenn ich diese negative Zahl positiv mache und sie immer noch kleiner als 1 ist, ja, dann machen wir negativen Exponenten, ansonsten nicht. So, weiter geht's. Die größte Ziffer ist die Minus 3. Das heißt, wir lassen sie so stehen. Machen ein Komma. 5, 2, 3 mal 10 hoch 3. Easy, fertig. Die größte Ziffer vor dem Komma, der Rest danach. Ganz easy. Und sogar mit negativen Zahlen habt ihr das verstanden. Machen wir noch ein letztes Beispiel. 0,0105. Wie würdet ihr das da machen? Ganz easy. Was ist die größte Ziffer? Das ist meine größte Ziffer. Gut, dann kann ich ja schon mal, jetzt mache ich mal eine andere Reihenfolge, jetzt kann ich das schon mal so aufschreiben. 1,05 mal 10 hoch, was ist jetzt die Frage? Naja, da zähle ich einfach die Nullen, die vor dieser Ziffer kommen. Das ist ein, ups, das ist eine Null, zwei Nullen. Dementsprechend habe ich hier hoch minus 2. Nicht vergessen. Das ist die wissenschaftliche Schreibweise. Einige Gedankenknoten vielleicht. Ich weiß, das Video ist länger für so ein Thema, aber ich möchte euch auch das wirklich komplett, dass ihr es versteht. Wenn ihr sowas habt wie 325 Milliarden. Euer erster Gedanke instinktiv wäre das so aufzuschreiben. 325 mal 10 hoch 9. Weil 10 hoch 9 ist eine Milliarde und das habe ich 325 mal. So, das ist aber nicht die wissenschaftliche Schreibweise, weil bei der wissenschaftlichen Schreibweise muss hier ein Komma hin. Und der Gedankenknoten, der eventuell auftritt, vor allem wenn es negative Exponenten geht, ist, muss ich dann die 10er Potenz erhöhen oder erniedrigen. Ich habe hier das Komma, was eigentlich hier steht, ja um zwei Stellen dahin verschoben. Muss ich die Potenz um zwei Stellen ins Positive oder ins Negative verschieben? Naja, dadurch, dass ich das Ganze kleiner gemacht habe, ich habe im Prinzip hier durch 10 geteilt und nochmal durch 10. Ich habe durch 100 geteilt. Das heißt, ich muss das wieder ausgleichen, indem ich mal 100 rechne. Und wenn ich 10 hoch 9 mal 100 rechne, das ist nichts anderes als 10 hoch 11. Das heißt, es kommen die 2 dazu. Also, mache ich die Zahl kleiner, so wird die Potenz größer. Ihr seht hier, ich habe es um zwei Stellen verschoben und die Zahl prinzipiell kleiner gemacht. Dementsprechend mache ich das Ganze im Exponent wieder und gleiches aus und dann habe ich 10 hoch 11. Dasselbe gilt auch, wenn ihr negative Exponenten habt, heißt 14 mal 10 hoch minus 5. Ihr verschiebt das Komma um 1 nach da. Dann addiert ihr auch plus 1. Das heißt, nicht verwirren, 1,4 mal 10 hoch minus 4 kommt dann raus. Ich hoffe jetzt, dass euch dieses Video gefallen hat, auch wenn es ein bisschen ausführlicher war. Ich werde versuchen, diesen Lernzettel irgendwie bereitzustellen. Wann, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie wird das schon passen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Die komplette Physikreihe könnt ihr einfach auf das i klicken. Da findet ihr sie zum ersten Halbjahr. Vor allem Niedersachsen, Leistungskurs könnt ihr euch gerne anschauen. Dasselbe findet ihr bei mir auch übrigens in Chemie und Physik. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Und auf Wiedersehen.